Meine ersten Erfahrungen im Natural Bodybuilding waren, als ich 13 Jahre alt war. Bei der Reizintensität spricht man von der Höhe des verwendeten Gewichtes. 100% entspricht einer maximalen Wiederholung. Da sind zum Beispiel die durchaus bekannten Maiswaffeln. Niedriger glykämischer Index, schmecken aus meiner Sicht sehr gut und eignen sich eben sehr gut für die Rohlenhydratzufuhr des Natural Bodybuilders. Super für den Stoffwechsel, also in der Definitionsphase immer, immer gut. Esst scharf, esst Chili, am besten auch roh. Video heißt von der Reizintensität. Untertitelung des ZDF für funk, 2017